Hallo Leute, Willkommen bei Seven Days to Die, was ist ein Hobbit? Mein Schein! Was hast du denn da? Willst du mich erstechen? Hör mal! Was soll das denn? Was ist das, die M16? Nee, das ist hier... Geh weg mit deinem Zahnstocher! So untenrum. Was? Untenrum? Willst du... Der Friseur oder was? Ja. Mit dem Zahnstocher da. Nee, nee, lass mal. Das ist mal ein, Schätzelei. Das auch noch. Da hast du recht. Einladen. Hepp, hepp. So. Wo ist es denn? Da ist es doch. Ah, genau. Wir waren ja beim Händler. Und dann haben wir festgestellt, dass der Hobbit andere Bücher bekommt als der liebe Helm. Deshalb möchte heute der Hobbit die Händler abfliegen. Äh, ja, aber ich muss erst ja noch Sachen machen. Also... Nee, 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 ist alles soweit. Ich werde den... Ja, ab, aufsitzen, zurück. Dann werde ich mal... Ah, man muss da hinten lang fahren. Wäre besser, ne? Dann brauchen wir noch einen Fliebertüt. Also einen zweiten. Du kannst auch mit meinem Fliebertüt. Nein, nein, nein. Wenn ich den kaputt mache, gibt's Ärger. Du hast so ein Zeug im Inventar. Dann kann man das reparieren. Ich hab dir zwei Bücher ins Moped geworfen. Warte, warum? Ja, weil ich die gekauft hatte. Und du brauchst die noch. Echt, weiß ich gar nicht mehr. Da können sie mal sehen. Ja, aber der nutzt mir ja nix, wenn der Hubschrauber in der Luft explodiert. Das tut der nicht. In der Luft nicht, höchstens bei der Landung. Und? Ich kenn mich. Ja, 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 wie Corona. Ah, ja. Äh, nein. Ähm, doch, doch. Den wichtigsten Punkt. Da kann nix passieren, Hobbit. Du? Und zwar. Leicht sie. Nein, nein. Der liegt die... Der ist aber heller. Lass ich doch. Lass ich doch. Hast du doch erzählt. Ja, du mach doch. Du sagst, ich kann doch nicht so Quatsch da immer dazwischen. Ähm. Jetzt überfährt er mich auch noch. Danke. Alte Frau zu überfahren. Jojo. Frechheit. Jo, mit Karl habe ich ein bisschen mit. So. Ne, nix. Metall. Hier, fliegen. Wo ist der Flieger? Ich tu den reparieren. Tun. Tun. Ähm. Genau. Das wichtigste. Du musst einfach einen Meter vom Boden aussteigen. So gut los. Dann kann nichts passieren. Ja, dann äh. Da sind haufenweise Bücher drin. Da hast du noch immer nicht reingeschaut. Was zu lesen? Ja, das Buch brauche ich doch gar nicht. Das Sniperbuch. Hast du gekauft? Geld aus dem Fenster gehauen. Ne, das habe ich noch nicht gelesen. Aber das andere brauchst du. 1 habe ich gebraucht. Sehen Sie. Sehen Sie. Da habe ich auch, habe ich wohl voll anscheinend. Dann. Habe ich Lucky Luther voll? Anstrengend. Ich bin anstrengend. Warum? Nein. Gar nicht. Er hat sich verhört. Verdammter Glückspilz. Du bist ein verdammter Glückspilz. Dieser Tipp ist der beste. Deswegen habe ich ihn bis zum Schluss aufgehoben. Gegner haben eine 20% die größere Chance Beute fallen zu lassen. Aha. Sehr gut. So. Habe ich sicher. Der Hobbit will nicht fliegen. Muss ausräumen. Oh. Oh. Hast du genug Platz im Flieger? Hahaha. Aber ich mag das nicht, wenn ich so zugemüllt bin. Das kann ich auch nicht haben. Das ist, das geht mir. Das ist ganz furchtbar. Ich kann das nicht leiden. Immer diese vollgestopften Taschen. Pfui. Ichkelig. Na komm, da baue ich dir ja eben halt einen neuen Flieger. Jees hat dir. Ne, hat er doch Angst um Leiden. Ne, bist du fertig bist, habe ich den ja gebaut. So. Da brauchst du viel Stahl für. Eieieiei. Ja. Stahl. Und. Sonst. Ne zu viel. Ganz ruhig. Lies erstmal die Bücher ein. Zum Beispiel. Das wäre schon mal. Oh. Da. Ne. Ne. Disken wenig. Das ist bisschen mehr. Das ist schon ganz gut. Dann. Das noch mehr. Alle mal stapeln, wäre nicht schlecht. So. Dann brauche ich. Oh. 25 davon. Was noch? Fell. 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 Ja, für deinen Sitz edel zu beziehen. Oh. Mit deinem Pöpöchen nicht kalt wird. Oh. Ja. Komm hier. Ich würde ja noch ein paar Heftzwecken einbauen, aber die Option steht hier leider nicht. Hehehe. 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 Ich verstehe nicht warum. Büroding ist da. Das ist schon mal her. Ja. Und jetzt. Und jetzt. Brauchen wir. Zubehör. Brauchen wir noch Scheinwerfer. Vier Federn. Oh. Oh. Beidee. Uh. Viere Soldaten. Au. Do. Bären. Muss man das sagen. Das ist sehr wichtig, die Betonung. Das ist wirklich schön. Es hört jetzt schon. drei minuten drei minuten da alles bist du bist gleich startklar man muss ja auch nicht gleich übertreiben ach doch super wichtig und zack und zack und zack und go so was ist hier drin hier ist drin immer kam ruhig voll machen so läuft gar nicht auch das ist jetzt das läuft weg meinst du sagt man läuft nicht weg könnte auch ein andermal machen ich gehe doch mal rufstoffe besorgen lau brauchen da doch fücher hat brauchen wir nicht das kann das ist gut hatte ich wohl den kram aus gut beiseite jetzt ab ab was macht er denn warum macht er das denn idiot klack 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 so wie schön ich aufgeräumt habe ja so hast du bücher eingelesen ja habe ich sehr gut alle aus dem hub schrapp schrapp das super muss für keine gedanken das ist gut da kann ich noch schnell aber hast aber zu verkaufen genau habe ich mitgenommen schon ein paar sachen auch die ohne verstärkungs zeug geht nur mit verstärkung ein bisschen mehr ich kann auch ohne verscheuern ich hab da extra gebaut eine ist noch hier in der kiste unten drin und haben wir denn noch werkzeug bringt denn so ein messer kaputt bringt gar nichts einmal repariert haben wir hier auch noch drinnen hat 6 ich versuche nur 6 und 5 sachen zu verkloppen ja warte mal drunter ist noch mal schrotten ja behalten aber erstmal die teuren teile verkaufen ist ja klar und irgendwann hat er ja einkaufsstopp deswegen bin ich da immer erstmal vorsichtig und solange wir noch einigermaßen kohle haben wo ist denn die kohle überhaupt bei mir jetzt mal ehrlich bei dir in der tasche 17.000 17.000 ok dann hast du ein bisschen was also doch noch so eine doppel knarre brauchen wir an für sich nicht ne hier doppelläufig schießt hier wer brauchen wir nicht okay die schrotze die andere aber ich gucke mal mod kann ich denn da noch aber vielleicht eine waffenlampe wenigstens einbauen verändern ja das geht 600 teurer prima so dann habe ich hier noch zwei sachen zum verkaufen gefertigt erwartet der hammer geht auch noch mit das ist doch der hammer so du gesperrt da geht auch weg abschließt fantastico ja das lohnt sich das wieder ein bisschen hat sind immer auf 5000 ist perfekt so la 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 dann auto teile muss ich loswerden da ist da noch ein motorteil drin wieso das denn das kommt da rein das kommt bei parts rein noch eine bohrmaschine 15 22 moment oder eine eine reich dann könnt ihr meinen erdbohrer zerlegen dann könnte ich auch einen besseren herstellen so da man schon mal hier rein tun herrlich der pilze wo hast du die denn geerntet ne das will ich nicht wissen bestimmt poppes hat die möchte ich nicht haben weiß nicht aber das hört sich nicht gut an pilze aus dem poppes da würde ich sagen früh die will ja jetzt auf einmal die kamera das soll ja natürlich jeden fall aber das hätte ich auch aufrollen warum fliegst du denn noch nicht los ich muss den ersten zusammenbauen was fehlt ein motor eine batterie oder holen wir uns aber eine gute batterie keine flächte fünfer batterie sehr gut und motor motor und drei minuten eine halbe minuten büro dingsbums hey produktion läuft immer noch ein bisschen holz besorgen hast du ist es schon gewendet und hast du genug benzin dabei so richtig ist in der ganzen selber wenn ich kann man meine da nicht auch noch eine straße hinstellen und auf der straße hinstellen die hier gyroskopter groß wie zum starten ja klar also ich starten kann ich nur empfehlen einfach hier oben geradeaus fahren und dann kriegt er hier so ein kick und dann fliegt er schon hoch vom auf meine super tolle rampe okay dafür habe ich hier extra gebaut ja ja so hat läuft das läuft das läuft denn hier wird gebaut nein alles schlecht dann machen wir ja habe ich schon dabei auch raus die eisengitter du hast zehn eisengitter gebaut wohin soll ich die stopfen auch in die wo die eisenwaren sind durch die reihe ich habe aber noch eisengitter jetzt nur was sagen du bist du da rein dann siehst du das tag tag da ist prima da ist auch noch kohle drin mussten wir auch noch einschmelzen stimmt weil wir hatten keine hülsen mehr beim letzten mal glaube ich mal gucken ja viele hatten ja auch pulver nitrat brauchen wir ja kann ich auch wo gehen alles voller dosen haben willst du die dosen genau warum man nicht ne ist für lefans dann noch die stadt er mich am meisten dass die stürme nicht laufen irgendwie jedes mal wieder ja ich glaube eine minute hast du genug benzin dabei ja okay wunderbar also ich habe mir jetzt den schraubenschlüssel und gehe glaube ich neue teile abknuspern der auto haben wir denn ich so viele wir haben noch 300 noch doch ach das reicht locker dann hätte ich auch eine idee denn wo sind die dinger ja was da zum beispiel diese doofen dinge hätte ich gerne weg gemacht aber auch blödsinn jetzt haben wir hier habe ich noch punkte nein punkte will man immer haben wir sogar genau gleiche level wieso hast du denn spiel stadium viel höher als meins ja ich bin hier weiß doch er macht doch desaster aber habe ich viel mehr ermordet war nachzulesen ok in den geschichtlichen analen ja 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 da wollten den pilz wollte ich doch nicht haben so der hubschrauber ist fertig habe ich freue mir wo bist du denn hat sich versteckt der ist weggelaufen nein ich habe holz geholt weg gelaufen also ne muss ein höher stelle ich dir denn jetzt mal hier hin in startposition zack zack bitteschön hast du denn die händlerpositionen ja habe ich alle ja alle ja dann flieg los mein kleiner vogel wie war das noch wie war das noch äh c war steigen nein äh space war steigen c war runter aber steigen brauchst du nicht du musst noch mit voll speed jetzt losgucken und dann steigte von alleine du willst nach vorne drücken und shift ah und jetzt kannst du den winkel ein bisschen ändern ja dann wirst du wieder höher mit space hat die bäume schon gestreift aber äste im gesicht das ist ja geil das ist aber nix du ich hätte eher ein jeep und einfach daran denken wenn du landest gehst du langsam runter und kurz bevor du auf den boden aufknallst drückste steigst du aus dann passiert dir nix und dem teil auch nicht ich hoffe du hast reparatur kits dabei mhm weil das ist sonst doof mhm das ist auch doof ich wollte erstmal sowieso die anlage checken haben wir da schon alles repariert gehabt nein im leben nein das peton dann brauche ich ja dann werde ich mich mal darum kümmern allererstes gegen reparieren auffüllen krims krams und so weiter ah siehst du darauf habe ich gewartet da muss nämlich neues eisenreich sehr geil und hier können wir schon mal moon herstellen moon war vom stamme reichlich alles so drin ist rum hier unten auch ach da ist noch 500 blei na nü kommt in der berg her ach so ja dann ist kann ins auge gehen mit dem berg der berg ist da nicht so nachsichtig irgendwie die schoss ja bums plapp plapp reicht das schon mal kann ich hier auch herstellen kurz gleich bei dem geschaukel hier in der luft übel oh mein kaffee ist alle wo brauchen wir denn da hin so wo ist denn die flugbegleitung ein heißer kaffee bitte klappt nicht klappt nicht äh streiken ja die stuart die stuart detzen hier ist auch messen 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 bedeutet hülsen 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 sack bumm peng bam boah okay ja das kann ein bisschen vorsichtig inbrennen das haben wir schon mal gemacht äh halt kein stahl kein beton und glaub ein paar von den mechanischen so muss ich wieder mitnehmen autoteile hepp hepp so jetzt werden wir mal die anlage anständig reparieren tun hier ein dann ist aus ok so war wow wo ist denn der hobbit naja und habe ich ne will ich gar nicht wieso sehe ich dich nicht auf der map nordosten normalerweise müsste ich doch einen Punkt von dir sehen bist du schon beim ersten Händler gewesen oder bist du beim ersten Händler vorbeigeflogen ich bin hier beim zweiten gelandet super jetzt hängt mein Hubschrauber in der Luft nein kurz vorm Boden habe ich doch gesagt kurz vorm Boden ja dann musst du dir halt ein paar bootframes bauen bootframes bauen ja das klappt ja auch noch gut geparkt ja ich habe auch gesagt kurz vorm Boden nicht 20 m in der Luft das gilt es zu beachten sonst hast du ein Problem so wann haben wir denn der Schlagmann Band 2 der Schlagmann Band 2 oh jetzt muss ich aber gucken das ist ja ganz ungewohnt der Schlagmann Band 2 ja könnte ich gebrauchen ok hast du schon äh nö aber macht ja nichts Gefechte in der Stadt Band 4 Gefechte in der Stadt wo ist das denn ist aber eine Sucherei hier Gefechte in der Stadt habe ich alle ja super ja dann war es ja bei dem ersten so beim zweiten beim ersten bist du vorbeigeflogen ja ich bin immer ich fliege immer immer zum weitesten und dann rolle ich das Feld von hinten auf ja dann äh würde ich den jetzt in Südosten nehmen der ist nur die Straße nach du musst einfach nur der Straße nach naja so äh komm hier kauf mal das Uschi ja das kannst du auch haben jetzt damit das so oh ja einzelne Dinger sind ganz gut oh angehauen speziell die unter den hier nicht komischerweise das sieht alles ordentlich in Ordnung aus naja du mich auch ich hab mich mit Business na na ich bin auch immer der erst begrüßte dich freundlich dann schmeißt du dich raus geht auch noch auf mein store ja nehmt das Volk achso Corona News willst du was lustiges hören lieber lieber Onkel Trump hat gesagt zu Ostern ist äh wird wird die Beschränkung in Amerika aufgehoben okay ist gar kein Problem bis dahin ist das weg ja klar hat sie hat sie ihre Portrink gefragt wieso denn Ostern ja weil es ist ein schöner Tag ist ein schöner Tag und ja weil Ostern so schön ist ne und ist ja bekanntlich ein schöner Tag vollidiot vollidiot der wird wieder gewählt naja warte mal ab dauert noch ein bisschen wenn noch ein paar Amis drauf gehen wenn die naja also heute haben wir bei uns muss ich mal überlegen dann ist knapp zehn Tage später ähm jetzt rechnen wir mal zehn Tage rechne ich mal also jeden Tag locker zehn Prozent drauf jetzt sind also zehn Tage da sind halt 5.000 haben wir dann haben wir 60.000 66 boah runde mal auf 73 82 90 99 110 122 134 und 145.000 also wenn die Folge rauskommt müssten die Amis so ungefähr bei 145.000 verseuchten sein wow so jawoll und bis dahin haben schon ein paar Amis den Löffel abgegeben und dann könnte die Frage aufkommen wieso klappt das denn alles so gut und dann weiß ich nicht ob der Onkel Trump dann unbedingt noch gewählt wird na gut komm ich will ja nicht über wir wollen ja nicht über Politik reden ich kann gar nicht über diesen Idioten ich kann gar nicht über diesen Idioten ja den einen da den einen da das ist völlig hinunter da geht doch gerade ah du bist der Idiot das ist halt so nützt ja nix ich muss ja mal einer machen naja warst du schon mit dem zweiten Händler ich bin gerade im hier Sturzflug gut dass du mir zugehört hast dass du nur hättest die Straße runter fahren müssen da bin ich ja wie bist du ja Südosten sagte ich wird gesagt ja und du hast gesagt ja ja leck mich am Arsch und dann bist du jetzt halt wieder ganz weit weg dann wirst du die Strecke jetzt halt eben nochmal fliegen ist ja nicht schlimm aber es fliegt ja gerne genau Übung macht der Meister oh hau ab zu Gaia so so lalalalalalal oh so ja da 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 das für dich auf jeden Fall da aber das kann ich schon nu warte 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 rotflinte wo ich zuwurste Seite 1,2 da Rotflintenmessier Band 6 habe ich schon Ok nu band 6 nun nun band sechs habe ich schon und tagebuch des jägers von vier tagebuch des jägers wort brauche ich nicht okay das ist das heißt ich zahl gut mehr schaden an berglöwen ja super wichtig aber hier berg löwen habe ich noch nie gesehen habe ich auch noch kein gesehen ganz ehrlich nicht einen sind die getarnt oder so habe ich noch gefechte in der stadt band 6 und der schlagmann band 6 gefecht in der stadt sagte ich ja auch nicht gar nicht weil da bin ich voll der schlagmann band 6 okay dann auch zum nächsten das müssen wir reparieren tun so la 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 da kommt das nehme ich mal ganz mit besser ist hat produktion läuft wunderbar ich jetzt muss aber noch mal dahin das nützt alle nix wie sieht den art ist ja so das wurde aber übel angewandt den toden hast du schon repariert ich konnte gut guter mann wunderbar auf welchen weg zum händler bis jetzt noch gar unsere stadt hinweg jetzt direkt nach osten einfach gerade nach osten siehst du den händler auf der map habe ich keine händler aber ich okay wie kann ich den denn dir scheren ja ich weiß nicht welcher händler das ist händler das der falsche händler das der falsche händler da teilen wegpunkt teilen da kommt ein wegpunkt mit verbündete mit jedem hast sie ja auch guck hier habe ich noch gar nicht auf die karte gehabt ach so denk an nachtanken wenn die ganze zeit mit speed fliegt ok wird das ding rucki zucki leer könnte dann irgendwann ins auge gehen dann ist alles gut so hast du ja schon gut repariert bräuchte ja gar nicht so viel machen aber hier das würde ich doch gern aus eisen haben und mittlerweile ist der hobby profil habe profi ja das ding ist ja also weiß auch nicht reparieren doch wirst du hier von geiern angegriffen in luft ja gemein ist soweit alles repariert ja hier außen wird wohl um und nicht weggesprengt wird die leiter ist da unten drunter müsste ich mal reparieren glaube ich auch nur leicht für sich ist das alles hier soweit in ordnung da ist auch unsere super base super base steinchen ich wollte irgendwo die steinchen in der wand reparieren mir mal ein paar steinchen und den boden da muss ich noch oben ja ja sowas was denn kannst du doch nicht mit dem armen kaya spricht wenn ich gelandet bin dann rede ich ganz anders mit dem der hat auch gefühle ja nee ist klar brumm 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 gut hier da liegt schon wieder einer auf dem dach warte dem wenig das ist ja nicht ich bin verblästert blästern die null munition nütz ne lad doch nach depp quatsch nütz du nütz die dinge hat schon repariert guck mal die aufräumarbeiten sind ja wirklich lächerlich easy-peasy bro jojo ja jojo der hat aber übel sind das habe ich schon mal in kase die kunde dafür zu band 7 hat jetzt habe ich fertig ja und tagebuch des jägers von 7 aber als die klamotten verkauft ja guckst du auch nach kettensäge ja auch nach motorteile hier das dann zufällig ab und zu verkauft ja auch hier mal einfach die teile dafür also ob ich jetzt nicht mein schraubfedern brauche ich nicht kaufen ich habe federn ist blödsinn das einzige auch auch kein motor soll sie ja nicht kaufen die hier komisch wo man so kettensäge und somit bauen können genau jawohl das meine ich ja so verblödet naja habe ich doch gar nicht gesagt ja das ist aber auch nicht gut geschlafen heute ist immer schnell beleidigt nein ich habe ich habe ich habe eine gewisse lang sein es arbeiten los kopp da so jetzt hoch beim arsch richtig 20 uhr du dem anderen händler wird knapp hier habe ich jetzt abgegrast der nächste ist in vier kilometer ja lass das mal dann kommt zurück ich weiß was du so keine lustiger setze fliegen ach du scheiße wir sind schon bei 37 minuten menschen hat tierisch überzogen der helm hat mich aufgepasst jeder hobbit war ist immer besser da kommt jemand okay dann sage ich in diesem sinne bis zum nächsten mal aber die erde